Hallo, mein Name ist Rudolf Freundorfer. Ich bin Medienpädagoge im Medienkompetenzzentrum Steglitz-Zehlendorf und begrüße euch heute zu unserer ersten Podcast-Folge und zwar mit Tristan. Stell dich doch bitte kurz vor. Hallo, ich bin Tristan Nixdorf und bin 18 Jahre und bin ein Jugendlicher, der oft in Jugendhäuser geht und da verschiedene Angebote mitmacht. Tristan, du wohnst ja in Steglitz-Zehlendorf. Erzähl uns doch mal, in was für Jugendeinrichtungen du normalerweise so gehst hier. Ja, also ich gehe immer in drei Jugendeinrichtungen. Das ist Phoenix, die M-Street und dann auch mal wieder so das Albert Schweitzer. Erzähl uns doch, was für Angebote du eigentlich im Nachbarschaftshaus Phoenix immer wahrnimmst. Also ich bin wöchentlich immer bei Modern Art dabei, dann war ich jetzt auch mal bei Trickfilme dabei. Bei Recycling war ich auch schon dabei, wollte auch gerne nochmal dabei sein. Und außerdem mache ich noch bei Kajun Workshop mit. Was machst du in der M-Street so? Also in der M-Street, da mache ich Trickfilme mit Rudi, dann mache ich mit Lucy auch noch Trickfilme, mit Roboter zusammen und mit Anita nähe ich. Was machst du denn in der Jugendeinrichtung Albert Schweitzer so? Und da mache ich gerne das Tanzen, das Kochen. Das Abendbrot finde ich auch cool. Und ich wollte auch mal beim Schauspiel-Improvisationstraining mitmachen. Christian, was von diesen Angeboten macht dir denn am meisten Spaß? Also ich mag immer so dieses Basteln, also im Phoenix, das ist sowieso das beste Jugendhaus, finde ich. Und da macht mir, genau, macht mir das in Modern Art Trickfilme und Recycling, finde ich auch das Basteln, finde ich schön. Ja, so die verschiedenen Arten. Was macht dir denn sonst noch viel Spaß? Ja, also in der M-Street macht mir viel Spaß das Nähen und die Trickfilme, also mit Robotern und auch ohne Robotern. Und dann macht mir im Albert Schweitzer viel Spaß das Kochen und das Tanzen, so, ja. Wenn du jetzt dir was wünschen könntest, gibt es denn Angebote, wo du sagst, das fehlt mir in den Jugendhäusern? Sowas würde ich auch gerne nochmal ausprobieren. Also mir fehlt so Breakdance, da wurde jetzt noch nicht so viel mitgemacht, Breakdance. Und Rapmusik, Rapmusik hat es mal eine Zeit lang gegeben im Phoenix, wurde dann leider nicht mehr weitergemacht. Rapmusik finde ich eine coole Idee, ja. Tristan, und wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, so in ganz Berlin, was würdest du als Jugendlicher dir wünschen, was für Angebote so berlinweit für dich zur Verfügung stehen sollten? Ja, vielleicht so Angebote, wo die Jugendlichen so Kunst entdecken, vielleicht auch so Touren durch Berlin so. Und da könnte man auch einiges mitmachen, ja. Gibt es denn auch Sachen, die dich stören an den Jugendhäusern? Ja, also mich stört, wenn ein Programm ausfällt so und wenn auf der Webseite jetzt nicht genau beschrieben ist, wann man, wann das Programm so stattfindet, ob es jetzt aktuell ist, ob es immer stattfindet, sollte mehr beschrieben werden. Und im Haus der Jugend Charlottenburg kann man ja erst ab 18 Uhr kommen, sollte dann auch so genauer beschrieben werden, ja. Das war unser erster Radio-Podcast. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Tschüss! Tschüss!